Schau mit nach vorne, schau genau hier auf den Finger, schau weiter auf diesen Punkt und du kannst spüren, wie eine magnetische Kraft dich langsam nach hinten zieht, ich stehe genau hinter dir, ich bin genau hier und während die Kraft immer stärker wird und schlaff, treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen, dir selber erlauben, dich treiben zu lassen, gehen zu lassen, einfach geschehen zu lassen und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken mit jedem Moment, der vergeht, weiter, weiter in diese wunderschöne Entspannung. Und wie hat es sich angefühlt, jetzt will ich auch? Ganz seltsam, der Fall war ganz seltsam, ich lasse mich auch eigentlich nicht auffallen. War es so richtig Kontrollverlust? Der Fall, ja. Aber mit Vertrauen und so? Ja. Woher? Weiß ich nicht. Okay, okay.